Stellt euch vor, ihr steht bei Aldi in der Kasse, müsst 15 Euro zahlen, gebt einen 20-Euro-Schein her und ihr bekommt zurück 25 Euro, weil die Kassiererin sich vertanert. Was ist jetzt mit dem überschüssigen Geld? Dürft ihr es behalten? Und wenn ihr damit rausmarschiert, obwohl ihr das bemerkt habt, was droht dich und was ist, wenn ihr es erst später bemerkt? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Säumecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Jeden Tag gibt es hier ein neues Rechtsvideo, den ich mir erzähle, was du drehst, jeden Tag ein Video. Ja, sage ich, ich drehe jeden Tag ein Video. Boah, da sagen die, das kann ich mir kaum vorstellen. So viel Arbeit macht er sich. Ja, das mache ich mir und ihr könnt die Arbeit belohnen mit dem Klick auf, nicht nur auf den Kaufenknopf von diesem Buch, sondern Klick auf den Abo-Button. Denn wir haben die WBS Sommerwoche und da lese ich aus meinem niegelnagelneuen Buch. Der Taschenanwalt war letztens Platz 2, Taschenbuch, Spiegel-Bestsellerliste, Sachbücher. Also war ich echt überrascht, der Verlag übrigens auch, dass das so gut ankam. Mittlerweile gibt es auch als Hörbuch gelesen, selbstverständlich von mir, ist Ehrensache. Habt ihr gefordert, habe ich dann natürlich auch so gemacht. Heute geht es um die Frage, darf man das Wechselgeld behalten, wenn man zu viel zurückbekommen hat? Es ist sicher schon jedem mal passiert, dass er an der Kasse, beim Bäcker, an der Tankstelle oder im Supermarkt zu viel Wechselgeld vom Kassierer zurückbekommen hat. Und ebenso hat fast jeder sicherlich schon mal kurz darüber nachgedacht, den Mund zu halten und den Mehrbetrag einfach einzustecken. Aber ist das okay? Unser Rechtsgefühl verrät es uns vermutlich schon, das kann wohl nicht sein. Neben der moralischen Pflicht dem Kassenmitarbeiter gegenüber, stellt sich auch die Frage nach der juristischen Beurteilung. Wie ist es zu werten, wenn ich mit dem Geld, das mir eigentlich nicht zusteht, den Laden verlasse? Zur Beruhigung. In aller Regel macht man sich nicht strafbar, wenn man das Geld einfach mitnimmt. Selbst dann nicht, wenn man das in böser Absicht tut. Bemerkt man den Fehler nicht, dann natürlich erst recht nicht. Irren kann sich die Kassiererin natürlich trotzdem. Wäre es nicht trotzdem ein Betrug, wenn ich den Fehler nicht aufkläre? Ein Betrug nach § 263 Strafgesetzbuch kann auch vorliegen, weil jemand es unterlassen hat, etwa weil in einer sogenannten Garantenpflicht eine konkrete Pflicht zur Aufklärung über den bestehenden Irrtum vorliegt. Eine solche Pflicht besteht zwischen Kunde und Kassenmitarbeiter allerdings nicht, da es dafür an einem besonderen Nähe- und Vertrauensverhältnis fehlt. Selbstverständlich sollte dennoch so sein, dass das zu viel erhaltene Geld nicht behalten werden darf. Denn nach dem Zivilrecht hat man die Pflicht, das Geld zurückzugeben. Steckt man das Geld ein, ist vor allem auch die moralische Zweifelhaftigkeit der Aktion zu bedenken. Nicht nur, dass man sich unredlich verhalten würde. Es ist zudem nicht selten so, dass der Kassierer bei der Abrechnung seiner Kasse für die Fehlbeträge einzustehen hat, die ihm dann von seinem Lohn abgezogen werden. Möglicherweise verliert er sogar seinen Job, falls die Sache zu oft vorkommt. Auch darüber sollte man sich als Kunde im Klaren sein. Also keine Strafbarkeit, weil das besondere Nähe-Verhältnis fehlt zwischen dem Kassierer und dem Kunden. Kunden, aber zivilrechtlich selbstverständlich die Pflicht, alles wieder zurückzugeben. Das war unser WBS-Sommerprogramm. Morgen gibt es dazu wieder eine Folge, denn der Verlag hat mir gestattet, das hier für euch zu machen. Dass ich sozusagen auch im Sommer ein bisschen Programm für euch habe. Und wir haben ja fast 200 Themen im Taschenwald. Taschenwald rund 20 Themen darf ich auf dem Kanal raushauen. Und morgen geht es darum, um die Frage, müssen wir getrennt schlafen, wenn im Hotelzimmer nur zwei Einzelbetten stehen? Und da hat ein Richter eine sehr clevere Lösung gefunden. Da lohnt es sich, morgen einzuschalten. Wenn er nicht morgen einschalten will, sondern jetzt noch ein bisschen dranbleiben will, kann er es auch tun. Hier sind noch zwei Videos. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.